Wen soll ich als erstes einstellen? Kurz ein paar Geschäftsbereiche auch an, die beim Immobilienmarkt am allerwichtigsten sind. So musst du es machen. Wenn du es so machst, glaub mir eins, dann kommst du wirklich cool ins Fliegen. Und ein Tipp noch an der Stelle. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Evolution Podcast Folge. Und heute geht es um das Thema, welche Mitarbeiter du unbedingt brauchst. Ich werde immer wieder gefragt, hey Heinz, was ist denn eigentlich oder wen soll ich als erstes einstellen? Und hier müssen wir uns diese ganze Thematik Mitarbeiter mal ein bisschen genauer anschauen. Du bist Immobilienmakler, du bist vielleicht noch Einzelkämpfer oder hast ein kleines Team. Und hier gibt es zum Beispiel schon mal eine Sache, die häufig passiert. Mitarbeiter einstellen aus dem Bekanntenkreis. Mitarbeiter einstellen, die sich irgendwie bei mir so rudimentär bewerben. Die mir im wahrsten Sinne des Wortes in die Arme laufen. Von der Grundlage her ist das schon mal ein riesengroßer Fehler. Weil du brauchst einen vernünftigen, ordentlichen Bewerberprozess. Das ist aber jetzt gar nicht heute das so tiefergehende Thema oder entscheidende Thema. Heute reden wir darüber, was sind denn die Menschen, die du überhaupt brauchst. Also die Rolle, die du als erstes einstellst. Unterscheiden wir bitte mal zwischen einer Stelle und einer Rolle. Eine Rolle ist eine Aufgabe, also ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Verantwortung innerhalb deines Unternehmens. Zum Beispiel ein Verkäufer, also Immobilienmaklerin oder Immobilienmakler. Oder jemand, der den Einkauf macht. Oder Marketing. Das ist eine Rolle. Eine Stelle ist in dem Falle eine Person, die eine Rolle besetzt. Also eine Stelle, die ich ausschreibe. Also ich suche einen neuen Mitarbeiter. Diese eine Person, und jetzt kommt schon der erste wichtige Ansatz. Diese eine Person kann und wird in einem kleinen Unternehmen natürlich auch mehrere Rollen besetzen können. Zum Beispiel zwei. Hier ist darauf zu achten, dass es keine Rollenkonflikte gibt. Gibt mal ein Beispiel. Finanzen und Marketing. Finanzen soll das Geld festhalten. Marketing soll es ausgeben. Das heißt also, dieser Mensch, der diese Rolle besetzen würde, oder diese beiden Rollen, nicht vier, sondern zwei, kommt in Konflikte. Nämlich, was mache ich denn jetzt ausgeben oder festhalten? Also vereinfachtes Beispiel natürlich. Also es sollten schon Dinge sein, die gut zueinander passen. Wie zum Beispiel eine Assistenz der Geschäftsleitung, die auch gleichzeitig zum Beispiel die Buchhaltung mitmacht. Weil sie eh E-Mails beantwortet, Postbearbeitung macht, Bewirtungsbelege ausfüllt und so weiter. Und da passt die Buchhaltung oder die vorbereitende Buchhaltung natürlich wunderbar dazu. So, das jetzt mal vereinfacht gesagt zu den Rollenkonflikten, wobei das eigentlich schon ein komplettes Video für sich ist. Was auch bei mir im Unternehmercoaching sehr, sehr intensiv und genau behandelt wird. Was ist das, damit du da nicht in Fallen reinläufst und so weiter. Also, jetzt schauen wir uns mal kurz ein paar Geschäftsbereiche an, die beim Immobilienmakler am allerwichtigsten sind. Im Übrigen auch bei allen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, falls du dich jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal verirrst oder draufgestoßen bist und jetzt nicht speziell Immobilienmakler bist, aber den Content ganz spannend findest, dann gilt es natürlich für dich genauso. Hier geht es um deine Outflow-Maschine. Outflow-Maschine ist das Thema Marketing und Werbung, das Thema Sales, also sozusagen beim Immobilienmakler der Einkauf und beim Immobilienmakler der Verkauf einer Immobilie. In einer normalen Firma würde man jetzt sagen Marketing und Werbung. Daraus entsteht dann sozusagen die Qualifizierung und der Verkauf eines Produktes und dann am Ende kommt die Lieferung. So ist es beim Markt natürlich nicht anders. Also Marketing wird gemacht, Verkäufer ruft an und sagt, hey, ich will die Immobilie gerne verkaufen, kannst du das für mich machen? Und dann fahre ich dahin, gucke mir die Immobilie an, mache eine Wertermittlung, sage am Ende des Tages alles klar, kann ich machen, will ich machen, tue ich und wie auch immer. Und dann liefere ich durch den Verkauf der Immobilie die Leistung aus. Okay, das muss man verstehen. Und jetzt ist halt eine Sache ganz wichtig. Wenn du Solopreneur bist, also Selbstständiger, selbstunständig, also im Hamsterrad immer das Gleiche tust und alles Mögliche selbst tun musst, dann ist ja vollkommen logisch, dass du irgendwann an die Situation, an diese Grenze einfach kommst, dass du alles selbst machen musst und alles selbst machen ist dann auch von allem immer zu viel. Du kannst nicht überall die volle PS-Zahl auf die Straße bringen. Also ist es wichtig, das Schritt für Schritt zu strukturieren. Beispiel, ich fange mal vorne an. Damit du dich auf das Thema Geldverdienen in deiner Firma konzentrieren kannst, macht es natürlich Sinn, zum Beispiel dir eine Assistenz zu holen. Diese Assistenz nimmt dir alle alltäglichen Aufgaben ab. Besorgungen zum Beispiel. Du bist jetzt Single, du musst einkaufen gehen. Und hast eine Assistenz, die das für dich schon mal abnimmt. Super cool. Brauchst du das schon mal nicht zu machen. Dein Auto wegzubringen, Reparaturen, deine E-Mails zu bearbeiten, deine Post zu bearbeiten, deine vorbereitende Buchhaltung. Weil in dem Moment, wo du Umsatz machst, musst du dir auch darüber im Klaren sein, dass in dem Moment, wo du Geld einnimmst, geht es nicht mehr nur darum, dass du Immobilienmakler bist, sondern dann geht das in die Betriebswirtschaft über. Das heißt in Prozesse wie eben Buchhaltung, Steuerzahlungen, Finanzmanagement. Und es muss erledigt werden, ob du das jetzt sexy findest oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist deine Verantwortung. Also, und diese Arbeiten, die nehmen dir Zeit weg, die klauen dir Zeit. Genauso wie die ganzen Angebote, die reinkommen. Hey, lieber Immobilienmakler, willst du nicht das Tool haben? Lieber Immobilienmakler, das ist auch noch ein cooles Tool. Und ihr wisst, was ich meine, unendlich viel Traffic, also kommunikativer Inflow, der stattfindet, der dich unheimlich aus der Bahn wirft und der dich deinen Fokus verlieren lässt. Und wenn du deinen Fokus permanent verlierst, dann kannst du nicht die originären, wichtigen Aufgaben in deinem Unternehmen erfüllen. Und das schießt dich wieder immer aus der Bahn. Also ist es total wichtig, dass du möglichst schnell dir eine Assistenz einstellst. Das ist das Erste. Alternativ, ja, oder und, also oder und, ist das Thema Vertriebsassistenz. Eine Vertriebsassistenz, was übrigens auch die Assistenz erstmal übernehmen kann. Also die Assistenz der Geschäftsleitung, also von dir, die kann eben normal allgemeine Bürotätigkeiten übernehmen, die kann die Buchhaltung übernehmen, die kann aber auch schon Vertriebsarbeiten übernehmen, wie zum Beispiel ein Objekt vorzubereiten, Objektunterlagen einholen, Exposé erstellen, die ganzen Daten in deiner CRM, in der Software anlegen oder auch überhaupt generell anlegen. Alles, was an vorbereitenden Aufgaben zu erledigen ist, kann diese Person übernehmen. Und das ist schon jede Menge. Also du musst dir das folgendermaßen vorstellen, von den Stufen her, am Anfang holst du dir jemanden, der mehrere Aufgaben übernimmt. Nachher, wenn du dann, wenn du merkst, die Person ist komplett überfordert, also zeitlich und von ihren Aufgaben her, dann fängst du an, der eine Aufgabe abzunehmen. Wie zum Beispiel bei meiner Assistenz war es halt so, ich habe einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der hat sich auf eine bestimmte Rolle beworben. Und meine Assistenz war jetzt schon letztendlich am Limit, was ihre Aufgaben angeht. Und wir haben festgestellt bei dem Mitarbeiter, dass der eine extreme Stärke hat eben in Finanzen, in Buchhaltung, weil er das vorher schon mal gemacht hat, hat sich aber für eine andere Stelle beworben. Und nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass das doch nicht so wirklich was für ihn ist. Der Typ ist aber total in Ordnung und wir haben beide oder gemeinsam darüber gesprochen und festgestellt, hey, es wäre eigentlich cooler, wenn er was anderes macht. Und da meine Mitarbeiterin jetzt schon mit der Buchhaltung sozusagen überfordert war und das jetzt auch nicht ihr liebstes Kind war, haben wir diese Aufgabe von ihr abgezogen und die dem anderen Mitarbeiter zugeteilt. Das nennt man dann, du fängst an, wenn du wächst und größer wirst, dann so eine Art Zellteilung zu betreiben. Also die Arbeit zu zerteilen und immer schmaler, immer genauer zu werden. Also im Idealfall wäre das nachher so, dass ein Mitarbeiter eine Rolle hat, also eine bestimmte Sache übernimmt. Wir nennen das immer ein Produkt, also ein Produkt zu liefern. Das Produkt wäre jetzt vollständig tiptop vorbereitete Buchhaltung mit allem, was dazugehört. Das ist das Produkt, was letztendlich zu liefern ist. Oder von der Vertriebsassistenz ist das Produkt, was geliefert, oder das Endergebnis, was geliefert wird, ist eine vollständig vorbereitete Immobilie, sodass der Verkauf starten kann. Da gehört natürlich alles dazu von A bis Z. Und das ist am Ende des Tages wichtig. Also eine Assistenz ist super. Vertriebsassistenz dann im nächsten Schritt. Und dann bist du auch schon automatisch, wo beginnt die Outflow-Maschine? Die Outflow-Maschine beginnt vorne in der Akquise. Das heißt also Akquise zum Beispiel Direktmarketing. Also würde ich mir jemanden holen, der dann in dem Moment die Telefonate führt, damit du möglichst viel Inflow bekommst, also Kunden bekommst, also Kundenanfragen, Leads bekommst. Nächster Schritt, Marketing und Werbung. Jemanden, der deine ganze Werbung koordiniert. Alles, was du tust. Weil du musst am Ende des Tages maximal Outflow machen. Also Outflow-Maschine heißt Werbung und Marketing. Und zwar so krass, dass sich die Balken biegen in deinem Laden. Dass wirklich der Boden nur so wackelt. Das ist deine Aufgabe. Weil dann nachher das liefern zu können, das ist dann der nächste Schritt. Das ist dann die Lieferung der Dienstleistung im Rahmen von Einkaufsgesprächen und dann nachher der Verkauf. Aber das ist eine andere, jetzt mal streng genommen, andere Abteilung. Also du hast jetzt mal schon zwei Ansätze bekommen, also Vertriebsassistenz bzw. Assistenz der Geschäftsleitung. Und so hast du schon mal so ein grobes erstes Bild. Und da geht auch kein Weg dran vorbei. So musst du es machen. Wenn du es so machst, glaub mir eins, dann kommst du wirklich cool ins Fliegen. Und ein Tipp noch an der Stelle, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Stell auf gar keinen Fall irgendwelche 450-Euro-Kräfte oder Halbtagskräfte ein. Warum? Weil diese Leute sich erstens nicht auf dein Unternehmen committen und zweitens, weil sie nur eine Sache machen können. Eine Vollzeitkraft ist wie drei oder vier Halbzeitkräfte oder fünf oder sechs 450-Euro-Kräfte. Du kannst mit der Person viel, viel mehr machen und die ist komplett auf dein Unternehmen eingestellt. Das ist viel, viel wichtiger. Aber da gibt es demnächst noch eine weitere Podcast-Folge dazu. Wenn dir diese Folge gefallen hat und mein Content gefällt, dann bitte auf jeden Fall, jetzt ist es an der Zeit, abonniere diesen Kanal. Dann setz mir ein Like unter dieses Video. Schreib in die Infobox, beziehungsweise gib uns einen Kommentar. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen? Oder welches Thema dich interessiert, damit wir das gerne aufnehmen können. Und folge uns natürlich auf den sozialen Medien. Eine Sache, die mir noch am Herzen liegt. Wenn du dich als Immobilienmakler weiterentwickeln willst und Schritt für Schritt seriös auf sicheren Beinen und nachhaltig ein Unternehmen aufbauen willst, dann bist du bei mir richtig. Und der einfachste Weg, um mit mir in Kontakt zu kommen, ist ein kostenfreies Beratungsgespräch zu vereinbaren. Das kannst du hier unter diesem Video mit dem Klick auf den Link tun. Und wir sehen uns schon bald in einem Beratungsgespräch. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, mach's gut. Wir sehen uns schon bald in einem Beratungsgespräch. Wir sehen uns 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 bald in einem Beratungsgespräch. Vielen Dank.